Einfach laufen. Unter diesem Motto gestaltet sich das Training auf dem CardioStrong Laufband TR20. Das günstigste Laufband von CardioStrong kommt mit einer durchdachten Basisausstattung, die alle Features für ein leichtes Ausdauertraining bereithält. Das TR20 ist perfekt für Einsteiger und Hobbysportler, die sich mit Walking und moderaten Laufeinheiten zu Hause fit halten möchten. Lange Spaziergänge können Sie bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit auf dem Laufband einfach nach drinnen verlegen. Das TR20 ist in vielerlei Hinsicht für das Heimtraining optimiert. Der Aufbau geht leicht von der Hand, weil das Laufband bereits vormontiert geliefert wird. Mit seinen kompakten Maßen und dem praktischen Klappmechanismus ist es eine tolle Lösung für kleine Wohnräume. Das CardioStrong TR20 läuft rund und leise. Ein 2 PS Motor und 16 kmh Maximalgeschwindigkeit sind die Grundlage für leichte Laufeinheiten. Die 46 x 132 cm große Lauffläche ist völlig ausreichend für kleine und mittelgroße Trainierende. Dank des integrierten Steigungsmotors können Sie auf dem TR20 anspruchsvolle Anstiege bis 12% in Angriff nehmen. 22 Trainingsprogramme bieten ausreichend Möglichkeiten, um zuhause abwechslungsreich zu trainieren. Wählen Sie auf der übersichtlichen und leicht zu bedienenden Konsole einfach Ihr Trainingsziel aus und schon geht es los. Für besonders effektives Training sind zwei Herzfrequenzprogramme integriert. Je nach optimalem Pulsbereich für Ihr Trainingsziel passt der Trainingscomputer entweder die Steigung oder die Geschwindigkeit an. Für eine präzise Messung der Herzfrequenz empfehlen wir einen separat erhältlichen Brustgurt. Wenn Sie während des Laufens Ihr Tempo oder die Steigung ändern möchten, müssen Sie Ihr Training dafür nicht unterbrechen. Nutzen Sie einfach die Direktwahl-Tasten auf der Konsole oder an den seitlichen Handläufen. Genug trainiert? Nach dem Laufen können Sie das TR20 einfach hochklappen. Der Klappmechanismus ist hydraulisch unterstützt. Daher ist das Hochklappen ganz einfach. Wenn Sie sich etwas mehr Trainingsspielraum wünschen, empfehlen wir Ihnen das TR30. Mehr Leistung beim Motor, eine höhere Maximalgeschwindigkeit und eine größere Lauffläche sorgen dafür, dass Sie sich beim Training noch mehr steigern können.